10 und single boss. Yo, los geht! Achtung Hunde, nebendran noch. Verletzte Seite. Wir laden, wenn er gar nicht schnell hinterher ist, so wie wir rennen schon wieder. Nächste 255. Wunde. Wunde. Habe ich? Jo. Guck mal, da könnt ihr auch nochmal auflooten, weil ihr was verloren habt. Ah, der Eilis, da kann er vorhanden. Oh, das ist los, der Rand. Oh nein. Ich mag das hier nicht. Oh nein. Genau so haben wir ja. Ich muss auf Pass schießen. Komm weg. Der Fort wollte. Nein. Der lebt noch. Der lebt noch. Kann ich gut gebrauchen. Du müsstest hier mit deiner Quest fertig sein mit den Boss-Zielen, oder? Nein, ich brauche ja jetzt Verbanne, ne? Habe ich immer noch 0 von 3. Oh, Hunde. Ah, ein ganzes Rudel. Vier Stück. Ah, Gift-Munition ist schon nice, ne? Nice ist ich schon, ja. Oh, ich hasse den Nebel, ey. Ja. Oh, da ist ein Raben. Gehen gleich Raben los bei mir. Das ist Jo. Jo. Oh, mit dem Nebel meine ich. Wir sind schon wieder direkt vorne dran, ne? Wir auch Raben. Nee, warte mal. Das ist immer gut. Das klingt richtig nach vorne dran, Sonja. Wer ist denn das da vorne? Ich. Irgendwo bei 200 noch. 235, 255. Noch ein Zombie. Das ist vor Bolton schon. Die sind direkt vor. Ah, die sind doch beim Boss, ne? Nee. Ja. 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 Ja, vart geht das? Nee. Oh, eh. Irgendwo da drin. die haben wir schon aufgenommen und guck mal die haben hintendran auch gleich den ausgang wollen sie wahrscheinlich den zeit haben haben da hinten hochgegangen nach nie das ist ein fackel ding fast er hat es noch gegangen ich glaube die hauen ab ja drin hier sitzt man im turm vorsicht ich habe gerade den kopf gesehen hier hier auf 300 zirka zwischen 285 und 3 ja da bist du musst du natürlich vom turm oder was direkt vorm turm ja ja der look da mit dem kopf raus dieser arsch ja da hinten ne ne der muss eine arschkrampe er muss größer ja ja okay einer ist gestorben auf jeden tweet über mir das über dir na bei dir ja tot oder erwischt nur alter ist alle die sind alle da ist genau rechts neben dir was laufen sehen ja hat sie mich versuchen zu holen geschrieben wenn du darüber die brücke läuft links das problem ist hier sind ja auch ganz viele leute gerade mal diesen beschäftigt kann es probieren die werden halt schnell laufen oder gerade echt beschäftigt dann hören sie mich mit schnell laufen die sind noch drinnen Die Bounty ist noch drin, pass auf. Muckel, was ist? Hier ist einer im Turm. Mach hier mal. Mann, ich krieg die nicht. Das ist draußen in dem Turm drin. Ja, das Problem ist vor uns. Pass auf, vor dir. Oh, nice. Danke, Muckel. Alter, ich war gerade... Der stand genau neben mir. Habe ich doch gesagt, Sanjo. Ja, ich habe dich gehört, aber ich musste mich auch mal umdrehen. Da schießt was auf dich. Pass auf. Ich weiß nicht, ich kann auch nur so geklungen haben. Das ist alles zu bei denen in dem Haus drin, ne? Hier haben kein Fenster offen, kein gar nichts. Nee. Ich habe irgendjemanden schlagen gehört. Ja, oder rausgesprungen. Ja, du rennst gerade im Matsch, ne? Jo. Ja, die sind rausgesprungen. Hm, sag ich doch. Die holen ab, Muckel. Und auf der Seite hier irgendwo. Mhm. Und vor allem die Nebel haben, die sind ja noch richtig einfach jetzt gerade, ne? Jo, ich sehe es auch nicht mehr. Kann auch noch ein dritter übrig sein, der hier ab... Da sind sie. Ringen. Einer down. Zweiter down. Pass auf, Muckel, Achtung. Hinterm Wagen irgendwo. Da sitzt er. Wo sitzt er? Hier. Hier bei mir vorne. Down. Das war's. Ab jeden. Alle drei down. Muckel, Wahnsinn. Nehmt euch die, nehmt 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 dann raus. Ab da. Alter, was geht denn? Schön gemacht. Ich spiel nur noch die Nebel. Aber weiter, das tut. Ich habe nichts gesehen. Also ich glaube, die ärgern sich jetzt gleich. What the fuck, ey? Geil weggeholt, Muckel. Schön. Sehr schön, Muckelchen. Dankeschön. Nice. Den einen habe ich schön mit Gift abgehauen. Wenn jemand noch Gift für den Hunter gebraucht hat, der freut sich jetzt. Da kann ich drei Kugeln reinknallen. Sehr geil. Und der hat mich gar nicht realisiert gehabt. Der hat euch bloß auf euch konzentriert gehabt. Und dann hat er was geschmissen und es ist natürlich dann ihnen dann auch noch schlecht so gewesen, weil, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich die ihnen dann auch in der Hand zerschossen habe. Ich weiß es nicht. Ich glaube, damit haben die jetzt auch nicht gerechnet. Die so weggeholt werden. Vier Hunter waren bis dran, ne? Drei und der eine auf dem Dach mindestens. Ja. Juhu. Ich hatte diesmal leider keinen Abschluss, aber das ist nicht so schlimm. Gebt noch mit. Ja, ich brauche ja... Ihr müsst ja den Potato erzählen, ne? Juhu. Wir haben heute nur fast ausschließlich solche Runden, ja. Lebell-Diopter, danke Muckelchen fürs Freischalten der Lebell. Ja, ich habe auch irgendwas mit der Lebell. Ich habe jetzt Lebell-Brandmunition bekommen. Was? Und kriege ich bloß die blöde Diopter? Oh, neuer Slot kostenfrei. Laut, laut, laut bekommen. Für Opfergabe. Ja, wenigstens mal was. Was nehme ich denn jetzt ab? Oh, 150 Gift-Schaden habe ich schon bekommen, ja. Dankeschön. Ich bin auf bis 500 ein paar. Welchen ist das? Der Tiermeister. Den Ghoul nehmen wir auf jeden Fall mit. Ghoul ist genial, ne? Ja. Was ist Ghoul nochmal? Der, äh, bei jedem, ähm, Grunt, den du tötest, kriegst du, äh, Ach ja, stimmt, stimmt. Denkst du da. Jo, der ist geil. Fächern würde ich mitnehmen. Und Hebelwirkung wäre ja nur bei der Windvierte, die spiele ich gerade, glaube ich, nicht. So, Waldwerfer nehme ich auch immer mit. Oh, ich muss mal mit der Vogelbein. Tschüss. Tschüss. Oh.